Hallo, das klingt schon mal gut. Ich war in den letzten paar Jahren auch auf vielen Konferenzen, also am liebsten gehe ich auf Python-Konferenzen, aber ich gehe auch gerne auf Konferenzen zum Thema Web-Technologien und ich war jetzt aber auch mal auf einer Konferenz, die sich nur mit dem Thema Testen und Testautomatisierung beschäftigt hat und ich habe da ein paar neue Sichtweisen kennengelernt und ich habe mir gedacht, vielleicht ist hier auch der eine oder andere dabei, der sich für diese Sichtweise interessiert und ich habe eben entsprechend zwei Lightning Talks für heute vorbereitet. Noch kurz, es geht also bei Test Oracle, ist vielleicht ein bisschen ein ungünstiger Vortrag, ich bin vorhin angesprochen worden, ob es eventuell um Datenbanken geht oder ob es nicht besser Fix Oracle heißen sollte. Es geht eigentlich um Powerful Unit Tests, ich würde dann beim nächsten Mal das auch entsprechend umbenennen. Also es geht um DORTS, das hat mir diese DORTS eben oft auch in dieser Form. Was man beim Unit Testen beachten muss, sind eigentlich diese Heuristiken. Also ich brauche irgendwie eine Idee zu entscheiden, ist mein Test, hat der funktioniert oder ist er fehlgeschlagen. Was wir in ganz vielen Fällen eben sehen, sind diese Samples. Also ich habe ein Modul und der Entwickler stellt vielleicht noch ein oder zwei oder ein paar Samples bereit, mit denen dann entsprechend sein Modul abgearbeitet wird. Aber es ist nicht vollständig oder es ist auch nicht heuristisch. Und wenn wir in Richtung Powerful Test uns bewegen wollen, dann brauchen wir eigentlich ein Oracle, was leicht zu erstellen ist und aber auch pflegeleicht ist. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Also für eine trigonometrische Funktion könnte man so etwas benutzen, um einen Test zu schreiben und ich lege dann eben einzelne Punkte fest und das Ergebnis. Und das sind eben einzelne Tests und wenn sich an der Funktion etwas ändert, in dem Beispiel wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, aber dann müsste ich entsprechend diese Tests anpassen. Aber die ganzen Punkte, die jetzt hier dazwischen liegen, die habe ich alle nicht mit drin. Und das ist eben die Idee bei dem heuristischen Orakel, dass ich eben sage, ich habe hier eben auch die ganzen Punkte dazwischen erfasst. Zwar nicht ganz genau mit dem Ergebnis, aber ich würde es zumindest solche Fehlerstellen eben hier identifizieren können, weil ich eben hier nicht diese städtische Entwicklung habe. Was ich aber nicht finden würde mit diesem heuristischen Test, sind eben, das sind keine Sinus-Funktionen hier. Das würde ich dann eben nicht. Ja, ich glaube, ich bin so ziemlich zu Ende gekommen. Also wer sich noch über Test-Orakel, da gibt es ein schönes Paper, was mir gut gefallen hat hier. Oder eben auf meiner Webseite kann man noch ein paar Informationen dazu finden. Oder ich habe auch, ja, es gibt relativ wenig Diskussionen noch, aber vielleicht ändert sich das bald mal. Das sind die Ergebnisse mitunter auch heuristisch. Und wir haben jetzt, während der Friedrich hier seinen Laptop anschließt und wieder verschwindet, habe ich hier eine besondere, eine neue Form von einem Lightning-Talk. Wann, du? Probier mal, ob das geht. Andersrum schalten. Das ist irgendwo ein Trick. Ja, da, unmuten. So, probier mal. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, vier, vier. Ja, der Christoph Ebert, den habe ich geschnappt heute. Er stand in der Nähe meines Lightning-Talk-Plakats. Was an sich eine gute Idee ist. Und dann meinte ich zu ihm, Chris, was machst du so mit Python? Hast du Lust, einen Lightning-Talk zu machen? Und er hat ein bisschen so reagiert, wie ich vor neun oder zehn Jahren auf meiner ersten Euro-Python. Ganze kurze Geschichte. Ich hatte dort angefangen mit Python, hatte fünf Monate Python-Erfahrung, habe irgendein Tool geschrieben in Python und dachte mir, das muss man anderen Leuten erzählen, auf die Konferenz gehen. Ich habe mich angemeldet, ich wurde genommen, ich durfte einen Vortrag halten. Aber vor meinem Vortrag hatte ich einen Vortrag von Dr. Armin Rigo. Wer kennt den? Dr. Armin Rigo, total netter Mensch. Einer der letzten Universalgelehrten unserer Erde. Universalgelehrter war sowas, was es früher gab. Da kennt man sich aus in Philosophie, Literatur, Mathematik, Programmierung, PL1 und was auch immer. Und Dr. Alexander Martelli sprach über Metaklassen und wofür man die in Python braucht. Ich habe kein Informatikstudium, ich habe nicht mal ein Mathestudium, ich habe gar kein Studium eigentlich und sitze da drin und sehe das mit Metaklassen. Wow. Dann, nächster Vortrag, wo ich reinmarschiere, Dr. Armin Rigo. Wer kennt ihn? Wer kennt Psycho? Armin ist der, der Psycho geschrieben hat. Und er stand dann da vorne dran und hat Psycho erklärt und zwar anhand einer Bubble-Bobble-Animation. Das heißt, er ist nicht rumgeflogen, und hat dann erklärt, dass es so die Types, die da ersetzt werden. Und das Ganze ist mir zu kompliziert, deswegen programmieren wir jetzt Python in Python, das ist das PyPy-Projekt. Und ich, boah. Und dann dachte ich, wumm, wumm, wumm. Und du, Kleiner, kommst daher und zeigst, dass du eine Excel-Datei aus Python erzeugen kannst und fühlst dich dabei groß. Und ich habe den Vortrag gehalten und ich stehe gerne auf der Bühne, ich meine, das merkt jeder. Und war dann so freudvoll, habe das erzählt und dachte, hey, da sind sogar einige drin und die hören dir zu. Und dann, später, so beim Abendding, wurde ich auf einzelne Stellen meines Vortrags angesprochen. Also das da, und das wäre für mich interessant. Und da dachte ich mir, wow, in der Familie bist du zu Hause. Und ich habe ihn, ist auch angesprochen, was machst du mit Python? Und er hat mir was ganz Spannendes erzählt. Was war denn das mit der Sächsischen Institut für... Ja, also nebenan hier, gleich daneben, ist das Sächsische Institut für angewandte Biotechnologie. Und da arbeitet meine Frau. Und vor zwei Jahren war das, kurz vor Weihnachten, da sagte sie, ich muss aber Weihnachten immer mal ins Labor. Und da fragte ich, warum? Ja, wir müssen Laborwerte aufnehmen. Und da ging es um so einen Fermenter. Die machen also hier so Versuche. Und da gab es einen Volumenzähler für Gas. Und der hat Zahlen zwar angezeigt, aber der Rechner hatte keine Web-Anbindung und nichts. Und die Werte mussten unbedingt zweimal am Tag aufgenommen werden. Und das hat mich dann geärgert, dass die Frau jeden Tag da hin muss ins Labor, bloß um die Werte aufzuschreiben. Und da habe ich dann gesucht. Und ich bin ja auch hier in der User Group in Leipzig und beschäftige mich schon ein bisschen da mit Python. Und habe da eine Anwendung gefunden mit einer Web-Camp dran gehangen. So ein Modul gefunden, Video Capture. Und innerhalb von ein paar Stunden war da so eine Anwendung fertig, die im Prinzip das Weihnachtsfest dann gerettet hat. Weil der hat dann ganz einfach immer alle paar Stunden gecaptured und hat die Bilder dann abgelegt. Und die konnten dann später aufgeschrieben werden, die Werte. Also noch besser wäre es gewesen mit OCR, wenn es dann automatisch abgespeichert hätte. Aber ich wollte es ja nicht übertreiben. Ich fand es eine faszinierende Geschichte. Ich hatte es so gehofft, einfach nur ein Bild von einem Zähler zu haben, aber es haben wir nicht gekriegt. Aber du hast bestimmt noch so etwas gemacht mit denen. Nö, im Allgemeinen nehme ich Python gerne einen Beruf, um mir Sachen zu erleichtern oder so ganz keine komplexen Sachen, sondern Konvertierung oder Auswertung von Log-Files oder sowas. Super, vielen Dank. Und ihr seht, man kann in Python ganz exotische Dinge machen, man muss aber nicht exotische Dinge machen, man kann einfach praktische Probleme lösen und ein begeistertes Publikum für den Lightning-Talk haben. Du hast jetzt etwas Exotisches, Leinhard. Du bist auch komplett verkabelt? Ich bin verkabelt. Du bist verkabelt, sehr gut. Sollten wir mich? Gut, okay. Dann schließ mal los. Jo, ich habe jetzt fünf Minuten. Ich werde nicht über die fünf Minuten sprechen, sondern über Movie Maker. Movie Maker ist ein Programmpaket, was ich seit etwa einem Jahr entwickle, was für Frame-Generierung geeignet ist. Ich werde euch ein bisschen unterhalten wollen, denn ich werde euch einfach ein Video zeigen, was damit generiert wird oder generiert wurde. Es ist offline gerendert, natürlich. Und während das Video durchläuft, werden in das Video mit einem anderen Programm eingespeist die entsprechenden Quellcode-Zeilen angezeigt, die das Video erzeugen. Ich mache das deshalb und ich werde das ein bisschen kommentieren. Das dauert drei Minuten 34 und danach haben wir noch ein bisschen Zeit für Diskussion vielleicht und dann sehen wir weiter. Ich müsste eigentlich... Ach, der Ton kommt gleich noch. Das ist der Vorspann. Das ist die Definition von Frames. Das ist die Timeskala, das heißt, es ist ein Section-Time. Das heißt, man hat so... Was geht's los? Das ist die Das ist die Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, also 30 Sekunden für Fragen. Das hat damals eine Woche gerendert, aber es ist mit einer sehr schlechten Übertragung von NumPy, Airways und Bilder. Ich wusste mich jetzt per Spiel 1.6 vom Airway-Contest. Jetzt geht es schneller. Es ist mit MovieMaker 1 gerendert, das gibt dann noch 2 und 3, 3 ist aktuell, 3, 0, 15, 0, Beta oder irgend sowas. Und die neue Version nutzt dann halt bessere Methoden dafür. Ja, ja, geht's ab. Ja, ja, geht's ab. Friedrich Raumstedt. Wir werden als nächstes den Reimer und den Andi erleben, sobald die ihren Laptop angebunden haben zum Thema des Barcamps, das gestern war. Und Marc, könntest du schon mal wieder auf die Staging Area kommen? Und Philipp, Philipp Nötzl, kommst du auch nach vorne? Ich war letzte Woche auch zum Moderieren der Lightning Talks auf der PyCon UK in Coventry und die hatten auch ein schönes Gelände für die Konferenz. Da war das Hotel angeschlossen, Ibis Hotel und hatte dort mein Zimmer, war dann drin und denke, wow, cool, 50 Pfund Zimmer und es ist ein Wasserkocher mit Tee und Kaffee drin und dusche mich und dann stelle ich fest, kein Föhn. War mein erster Gedanke, wahrscheinlich sind die Hauptkunden von denen Glatzköpfe, die gerne Kaffee trinken, weil die brauchen keinen Föhn. Bin runter marschiert in die Rezeption, habe mit denen geredet, die meinen, wie geht's denn so und ja, ganz alles schön, aber habt ihr einen Föhn? Ja, ja, wir haben normalerweise auf dem Zimmer, dann sind alle geklaut worden. Und ich, okay, habe dann einen ausgeliehen von denen, habe den oben angemacht, war dann im Bad und sehe unten so ein langes, schwarzes Haar. Das heißt, ich musste meine Theorie aktualisieren. Das Standardpublikum von dem Hotel sind nicht glatzköpfige Kaffeetrinker, sondern lange, schwarzhaarige Leute, die Föhn's klauen. So, Standardpublikum vom Barcamp, Reimer und Andi. Okay, okay, ich bin zu hören. Ja, hervorragend. Also, erstmal die Kurzzusammenfassung. Und jetzt machen wir es mal etwas länger, hoffe ich mal. Also, das könnte man natürlich auch so in 10 Sekunden erklären. Mikro einschalten, bitte. Mehr. Ah, Mikro vor den Mund halten, in die Richtung der Schallwellen. So, ah, hervorragend. Mach mal den Start, bitte. Also, man kann Vorträge in einem Wiki sehr schnell schreiben. Das kann ich ja nochmal die Tage erklären. Ich habe ja zwei Vorträge generell zur Wiki-Software. Wir hatten ein Barcamp und das ist der Lightning-Talk dazu, um einfach mal ein bisschen zusammenzufassen, was wir alles erlebt haben, was man alles in einem Tag erleben kann. Und zwar, ja, es war 4.10. Also, alle, die nicht da waren, ihr könnt das nur nächstes Jahr erleben. Oder bei einem anderen Barcamp, was ihr vielleicht auch noch besucht. 4.10. Wir haben angefangen um 9 Uhr morgens bis 18.30 Uhr. Und wir hatten angefangen, zu unserer großen Überraschung waren tatsächlich 25 Leute schon um 9 Uhr morgens da. Und zu den Lightning-Talks waren wir dann 30. Also, sehr angenehm. Und wir hatten ein großes Programm, also sehr viele Vorträge, sehr viele Lightning-Talks. Und wir haben alles dokumentiert. In jedem Talk saß jemand, der hat dafür gesorgt, dass alle anderen direkt mitschreiben. Und wir haben OpenEase-Pad eingesetzt. Momentan ist das nicht von hier aus zu erreichen. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob es momentan down ist. Oder wir einfach so viele Requests erzeugt haben, dass sie vielleicht den IP-Range von hier geblockt haben. Also, ich hoffe mal, dass das die nächsten Tage wieder online ist. Und es gibt natürlich noch immer parallel gleichzeitig Leute, die zu Barcamps gehen. Die sind unglaublich social engagiert. Und die twittern wie bekloppt. Also, wir haben Hashtags definiert. Wenn ihr natürlich jetzt bei Twitter sucht, dann werdet ihr auch Informationen dazu finden. Und, oh, wir sind schon weiter. Gut. Es gab auch jede Menge Bilder. Und so ein Barcamp ist sehr leicht zu organisieren. Man muss dafür sorgen, dass man Räumlichkeiten hat. Und dann muss man den Leuten Spielregeln erklären. Das kann man mit so einer einzelnen Seite machen. Und dann machen die Leute eigentlich in der Regel alles selber. Die hängen Texte an die Wände, über was sie reden wollen. Man gruppiert das ein bisschen. Man sortiert die Räume, die Leute. Und dann geht das einfach los. Das wird dann auch schön dokumentiert halt immer. Und man bekommt auch noch Bilder dazu, wie die Leute das erleben. Und man kann das halt machen, wenn man Sponsoren hat. Also, vielen, vielen Dank an die ganzen Sponsoren, die das hier möglich gemacht haben. Ja, ich kann nur sagen, wir haben noch immer zwei Minuten Zeit. Wir hatten halt Themen, das ging halt von allgemeinen Diskussionsrunden. Das kann man halt im Barcamp auch leicht machen, dass man halt das ganze Publikum einbezieht in die Lösung eines Problems. Bis auf Vorträge, wo man halt etwas darstellt. Darstellt oder auch halt Teaser-Vorträge halt macht, die dann für die Konferenz selber nochmal die Leute motiviert, dann auch in diese Vorträge zu gehen. Ich glaube, du kannst auch noch ein bisschen was sagen. Ja, ich glaube, wir sollten uns vor allen Dingen noch bei allen Teilnehmern auch bedanken, weil dadurch lebt natürlich erst das Barcamp auch. Es war ja nicht so, dass da jemand angekommen ist, hat gesagt, wir haben jetzt ein Programm vorbereitet. Das ist ja gerade nicht der Sinn des Barcamps. Insofern aber ganz, ganz vielen Dank an alle, die teilgenommen haben, die spontan gesagt haben, ich kann dazu was erzählen, die aber auch, wie du gerade schon gesagt hast, spontan gesagt haben. Ich habe da ein Thema, darüber würde ich gerne mal reden. Ich habe da auch jetzt keine Antwort drauf. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also nochmal vielen Dank an alle dafür. So, und dann vielen Dank, Reimer und Andi für den Vortrag. Mark, die nächste Runde kombinatorisches Testen, nachdem wir heuristisches Testen hatten. Der nächste, Mark, mit C, bitte bereit machen. Der Philipp. Und während Mark noch kämpft, ich habe noch eine lustige Geschichte, als ich zurückgeflogen bin aus Birmingham über Zürich, treffe ich wieder auf einen, den ich auf dem Hinflug schon getroffen habe. Den habe ich angesprochen, weil der sah aus wie ein Schauspieler aus Community College. Kennt jemand die Sitcom? In Amerika ist das so irgendwie der absolute Brüller schon. und der sah aus wie der japanische Lehrer dort, war aber ein Kerl aus Bangladesch, der in Kopenhagen war, um zu singen. Und wir haben uns dann so unterhalten, weil man sitzt halt im Flugzeug und es ist langweilig. Oh, es geht schon weiter. Kombinatorisches Testing. Du bist dran. Geschichte geht nachher weiter. Könnt ihr mich hören? Ja, prima. Der zweite Teil, oder was ich noch mitgebracht habe von der Konferenz, ist das Thema kombinatorisches Testen. Das ist eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und baut auch noch ein bisschen darauf auf, was ich vorhin gesagt habe. Also man kann, hier habe ich mal so ein Beispiel gebracht, wie man so einen Test noch definieren könnte. Und das sind hier die Eingabe-Parameter für meine Funktion und hier eben die möglichen Werte definiert in einem Python-Dictionary. Und hier ist eben das Test-Oracle, also die Test-Daten gehen hier sowohl in das System, was ich eigentlich testen möchte, in meine App, und auch in das Test-Oracle. Und danach wird eben entschieden, ob der Test gepasst oder gefehlt ist. So, das ist die ganze Idee dazu. Was wir jetzt, da gibt es auch einen sehr theoretischen Hintergrund und etliche Papers, wissenschaftliche Papers, die veröffentlicht wurden. Was eigentlich die Idee ist, wenn ich so eine Funktion habe, die ich testen möchte, dann sind die Parameter nicht alle unabhängig voneinander zu sehen, sondern die treten eigentlich in Kombination miteinander auf. Und jetzt zum Beispiel bei der NASA hat man sehr viel Software untersucht und auch Rückschlüsse versucht zu finden, wie viele Parameter eigentlich in einem Fehler verbunden sind. Und dann hat man eben gesehen, wenn ich ungefähr bei 70 Prozent, wenn ich ein Parameter unabhängig voneinander teste, also die Parameterliste, die ich gerade gezeigt habe, dann würde ich ungefähr 70 Prozent der Fehler finden. Wenn ich zwei Parameter miteinander kombiniere, dann würde ich schon eine sehr gute Rate haben, mit denen ich Fehler finde. Und man hat eben festgestellt, wenn man vier bis sechs Parameter miteinander kombiniert, dann würde man eigentlich alle Fehler finden. Und das ist eben eine sehr intelligente Herangehensweise an das Testen, dass man eben von der vollständigen Abdeckung hin zu einer vernünftigen Abdeckung kommt. Und dafür gibt es Tools auch, also das ist so eines dieser bekannten NP-Harten-Probleme. Also man kann diese Test-Arrays entwickeln, aber man braucht spezielle Algorithmen, die dann schnell eben diese Tests ausrechnen können. Und hier, es geht also um Covering-Arrays und hier hat man jetzt mal zu diesen zehn Parametern alle Kombinationen auf. Also was eben gemacht wird, es wird nicht eine Parameter-Kombination getestet und die restlichen Parameter bleiben frei oder werden immer gleich belegt, sondern man versucht dann eben diese ganzen Tests nochmal zu komprimieren. Und das hat man jetzt hier bei zehn Parametern, hat man das eben hier jetzt in 13 Tests hat man das geschafft. Aber diese Komprimierung, dass man sagt, man hat so möglichst viele Tests zusammengefasst, ist eben, wie ich gesagt habe, ein NP-Hartes-Problem. Und da gibt es eben eine schöne C-Library. Und die habe ich jetzt eben gerappt und ich habe in Pipa, es ist auch verfügbar, Grammar heißt es, und man kann das eben benutzen. Hier habe ich eben ein Oracle jetzt mal, das ist ein sehr, sehr simples Oracle, also es gibt immer Droh zurück. Und hier habe ich eine Check-Funktion gebaut, die eben genau das macht, was ich gerade in dem Überblick gezeigt habe. Es wird eben die Applikation ausgeführt und das Oracle und dann wird das Ergebnis miteinander verglichen. Jetzt habe ich hier eben so einen ganz schwachen Test, der eben einmal eine Parameter-Kombination auflistet und dann eben diese Parameter-Kombination ausführt. Ich kann das mal im Beispiel kurz zeigen. Ich verwende gerne einen Nose-Test. Ich habe jetzt hier eben diesen einen Test aufgerufen. Und demgegenüber kann ich eben Powerful-Tests entwickeln. Ich würde also eine Spezifikation angeben, hier wo meine ganzen Parameter aufgelistet sind, die einzelnen Kombinationen, die es gibt. Dann kann es auch Fälle geben, die inkompatibel sind, die ich nicht testen möchte, weil dann mein ganzes Testsystem zusammenbricht. Oder irgendwelche Gründe gibt es immer, warum man Fälle nicht testen möchte. Und man kann auch sagen, bestimmte Kombinationen müssen unbedingt getestet werden. Und hier kann ich jetzt eben angeben, wie viele Kombinationen ich eigentlich haben möchte. Also ich kann vier, fünf, sechs. Macht natürlich nur Sinn, wenn ich hier auch mehr als fünf Parameter überhaupt habe. Und damit würde ich jetzt eben in das T-Ways, also das ist das Grammar-Projekt, was ich geschrieben habe, würde ich eben diese Spezifikation reinfüttern mit den Inkompatibilitäten und den Requirements. Und dann würde er eben in dem Fall eben, würde es ein Full-Coverage werden. 2000-Tests, würde ich hier eben diese 1000-Tests ausrechnen. Braucht also eine Sekunde ungefähr, um dieses Covering-Array auszurechnen und dann zu den 1000-Tests. Perfekt. Wenn man es schafft, 1000-Tests in einer Sekunde zu simulieren, schafft man auch das Simulieren von 1000-Tests in fünf Minuten. Komm doch hierhin, Philipp. Noch einfacher. Und ich bringe dir das Kabel von Marc. Vielen Dank, Marc. Und den Zen Gong, den ihr hört, ist, du hast einen Job-Plug und das reicht. Wunderbar. Sekuli, habe ich zum ersten Mal vor zwei Jahren in einem Nebensatz gehört und habe das nie richtig demonstriert bekommen. Da war ich auf einem Testing-Kurs auf der PyCon in Atlanta. Und dann hat einer gemeint, da gibt es auch noch Sekuli, damit kann man Farm Bill scripten. Weiß nicht mehr, Farm Bill klingt ja Tasse. Passe, habe das Spiel gesucht und gesucht und gegoogelt und gebingt und gealterwistert und nicht gefunden, hat mal einer gesagt, du musst dich in Facebook anmelden. So, deswegen bin ich froh, Sekuli heute hier zu sehen. Philipp? Unmute. Test, Test. Ja, hi. Ich bin Philipp. Ich werde wahrscheinlich jetzt auf ewig als der Testautomatisierer verschrien sein, zumindest bis nächstes Jahr. Ich habe in der Vorbereitung auf meinen Vortrag heute Morgen irgendwie Sekuli entdeckt und habe gedacht, das kann ich euch nicht vorenthalten. Das ist ein Projekt vom Computer Science in Artificial Intelligence Laboratory am MIT. Und die machen so GUI-Automatisierung, Möglichkeiten mit Bilderkennung, Pattern Recognition, künstlicher Intelligenz. Und damit kann man jetzt so alles skripten. Da zeige ich euch am besten, was habe ich denn hier? Ich habe so ein paar Demo-YouTube-Videos hier so. Das ist so ein Skript, das jetzt mal so dieses Spiel hier spielt. Und zwar ohne irgendwelche Accessibility-APIs. Das Ding macht Screenshots und sucht dann die vorher angegebenen Referenzbilder, die man hier irgendwie kurz sieht, auf dem Bildschirm und macht dann da was mit. Der IDE sieht so aus. Man kann den so benutzen. Sagt man hier irgendwie Klick, Klammer aufs, Python. Also läuft zwar in der JVM. Moment. Jetzt mache ich mir mal hier so ein Browser-Fenster. Hopp, so. Zack. Also, take Screenshot. Und dann sage ich eben mal, beispielsweise, na hier ist gut. Klicken wir mal hier. Zack, Screenshot. Klammer zu. Run. Zick. Und, ja, weil ich gestern das Farmole-Beispiel gesucht habe, habe ich mich eben mal hingesetzt und dieses Spiel gefunden. Das ist einfach so ein Bälle-Wecklicken-Spiel. Und mal so ein simples Skript geschrieben. Man kann ja einfach so die Bilder dann integrieren, die man mit dem Screenshot-Age so machen kann. Es gibt so drei Bälle in dem Spiel und das startet mir das Spiel zuverlässig. Man kann die Mindestwahrscheinlichkeit für die Erkennung hier angeben. Und so spiele ich das ganze Spiel. Denn solange halt da oben dieser Banner ist, geht er durch alle Farben durch, sucht sich die Bälle, nimmt die Bälle, die am weitesten oben sind. Und davon einen zufälligen. Hier so irgendwie die einen der ersten sechs. Habe ich irgendwie in so einer Heimstunde eben schnell zusammengeklickt. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, es ist nicht besonders intelligent. Zack. Also man könnte da wahrscheinlich irgendwie alle Bälle erkennen und gucken, wo der nächste klügste Schritt wäre, wo man so draufklicken kann. Es verliert auch ziemlich schnell. Aber es macht was. Ich sehe da Anwendungsfälle, also einerseits in der Testautomatisierung, wo man irgendwie so diesen komischen kleinen Flash-Uploader hat, den man in seinem Selenium-Skript nie irgendwie durchautomatisiert bekommt. Andere Anwendungsfälle, die die hier auch noch so haben, ist, das hatten wir schon, Facebook-Status-Update checken. Oder einfach so das da durchbastelt. Vielleicht auch um Kinder an Computer heranzuführen. Also klick und hier und dann kannst du da so den ganzen Kram automatisieren und dann lustig rumspielen. Kannst du ja auch einen Babysitter machen, indem du Webcam auf die Kinder richtest und guckst, sobald einer irgendwie in den Ofen hinfasst. Ja, hier gibt es so ein schönes Beispiel auf der Projektwebseite mit so einem Teddy, Desktop-Surveillance. Das ist genau das Ding. Weil immer, wenn er den Teddy erkennt, ich weiß nicht, was er dann macht. Ich glaube, er gibt hier auf der Konsole links, geht dann irgendwie, ah, Moment, jetzt ist der Teddy weg. Genau, wenn der Teddy weg ist, macht er eine Dialogbox hier relativ zum Schluss. Ja, viel Spaß damit. Ja, kannst du vielleicht gleich da anschließen? Wenn einer fragt, Philipp, woher findest du die Zeit zum Programmieren? Dann sagt er einfach, naja, mein Laptop spielt für mich, spielt Schuhe, da habe ich immer die Zeit. So, unser letzter Vortrag für heute wird Marc-André Limbach-Verkehrs auf die andere Seite wegen Anschluss sein, zum Thema Python auf Erfolgskurs. Und damit ihr morgen auf Erfolgskurs gehen könnt mit eurem persönlichen Lightning-Talk, unten neben der Rezeption, wenn man vorsteht, auf der linken Seite ist ein Flipchart, unten sind dicke Stifte, links den Titel, rechts den Namen. Und Marc. Hallo. Super. Also ich habe mal hier einen Vortrag morgen früh um 9.30 Uhr und damit überhaupt irgendjemand da hinkommt und sich das anhört, dachte ich mir, ich mache mal einen Teaser-Talk jetzt als Lightning-Talk. Es geht also darum, Python auf Erfolgskurs. Wir haben ein Projekt laufen und darüber wollte ich ein bisschen was erzählen. Ja, wieso Erfolgskurs? Erstmal guckt man sich natürlich an, was haben wir denn alles so geschafft in der Vergangenheit. Ich habe mal so einen kleinen Chart gemacht mit den Releases von Python. Es fängt also 1990 ungefähr an mit dem ersten Release, das öffentlich war und es geht dann halt kontinuierlich weiter. Und wie man sieht, ist das eine sehr, sehr schöne und gleichmäßige Entwicklung. Es gibt also keine Bumps da drin, bis auf jetzt ein paar Sprünge jetzt wegen Release-Nummers. Aber es geht wunderbar weiter. Wo stehen wir jetzt? Wenn man sich den Tiobe Programming Community Index mal anguckt, dann sind wir da unten, das ist diese dunkle Linie. Gut, es ist halt nicht so populär, wie jetzt manche andere Sprachen, wie man sieht. Aber was man sehen kann, ist, dass es eine sehr schöne gleichmäßige Entwicklung ist, die immer nach oben geht. Während also viele andere Sprachen dann eher einen Negativ-Trend haben. Wenn man sich auf Sourceforge die Sachen mal anguckt, Gut, Sourceforge ist mittlerweile jetzt nicht mehr so populär, wie es halt früher mal war. Aber wenn man sich die Anzahl Projekte anguckt, die Python benutzen, ist man mit 13.800 doch relativ weit vorgerückt. Es gibt sehr viele Projekte auf Sourceforge, die Python nutzen. Wenn man sich PyPy anguckt, unseren Package-Index, dann stellt man fest, dass man mittlerweile schon bei fast 17.000 Paketen dort angelangt ist, was einfach enorm ist. Und jetzt habe ich einen Slide weggelassen. Ich wollte noch die Amazon Books zeigen, die kann ich aber kurz mündlich machen. Wenn man bei Amazon guckt nach Büchern über Python, die mit Programmierung zu tun haben, also nicht mit den Schlangen, dann kommt man auf ungefähr 1.000 Einträge dort, die man findet. Was ich auch enorm finde. Das Problem an der ganzen Sache ist, man hat jetzt ganz viel Zahlen, es sieht alles ganz toll aus, wir sind erfolgreich, prima, aber man muss es ja auch irgendwie zeigen können. Und da sind wir jetzt auf die Idee gekommen, dass wir jetzt mal eine Broschüre entwickeln wollen, die man tatsächlich in die Hand nehmen kann, die man halt Kunden geben kann, die man auch zum Beispiel Lehrern geben kann oder Leuten, die halt mit Programmieren so nicht viel zu tun haben. Und das hier ist das Cover von dieser Broschüre. Wir haben dazu eine Webseite, die kriegt man unter brochure.getpython.info und dort versuchen wir jetzt Success Stories und interessante Beispiele von Python-Nutzung mal öffentlich zu machen und auch so zu präsentieren, dass man das in die Hand nehmen kann und dann auch dann wirklich bei den Kunden entsprechend anbringen kann. So, ich habe nicht so viel Zeit, es sind jetzt gerade schon drei Minuten um, also noch zwei Minuten habe ich, um mal kurz da durch zu zappen. Ich werde also das hier jetzt nicht erzählen, das kommt dann alles morgen um 9.30 Uhr. Das ist also jetzt im Wissenschaftsbereich, da haben wir die NASA. Im Softwarebereich haben wir die ganzen Version-Control-Systeme, von denen sehr viele in Python geschrieben sind. SourceForge ist in Python neu geschrieben worden. In der Medizin haben wir die Omega, die halt Healthcare-Sachen machen. Unterhaltung ist recht groß, Walt Disney Animations zum Beispiel benutzt Python sehr viel. ILM, Industrial Light & Magic benutzt Python. Es gibt ein Tool, das Blender heißt, mit dem also viel gearbeitet wird, um diese Sachen zu machen, also zum Beispiel bei ILM. Es wird im Spielebereich benutzt, CCP Games ist ganz bekannt, mit EVE Online, das ist eine große Online-Community. Demiware ist ein Anbieter von solchen Gaming-Plattformen, wo also andere Leute dann ihre Spiele mit betreiben können, wobei die Zahlen sehr imposant sind, die die da haben. Da gibt es ein Beispiel BigDoor, das ist eine Gamification-Anwendung, da können also dann Firmen Spiele auf ihre Webseiten draufbauen, die benutzen Python als Backend. Im Internet hat man natürlich entsprechend auch viele Sachen. Diskus ist ein sehr bekannter Vertreter, also Diskussionen kann man damit sehr leicht überall anbringen, was ich auf den Webseiten. Bitly ist ein typischer URL-Verkürzer. Dropbox kann man mit Dateien mitverarbeiten und verwalten, weiterreichen. Firefox Sync ist in Python geschrieben, ist komplett neu geschrieben worden in Python. Spotify benutzt Python, also kann man Musik mithören im Internet und halt verteilen. Energy Savvy ist so ein Anbieter, der dann halt einem berät dabei, wie man halt die Energieverwaltung in seinem Haus verbessern kann. Und so geht es immer weiter. Dann haben wir die Finanzen, haben wir Front Arena, da gehen also Milliardenbeträge durch. Die benutzen Python als Schnittstellensprache. Dann haben wir Anbieter, die das für ihr Backoffice verwenden. Im Industriebereich gibt es einiges. Contact Innovation ist eine Firma, die das halt für Datenbanken benutzt. ArcGIS Online benutzt es als Schnittstellensprache. Bei den Behörden, in Ghana zum Beispiel, wird die Umsatzsteuer damit eingetrieben. SchoolTool ist eine Anwendung für, ich bin schon drüber jetzt, auf der Seite, Entschuldigung. Wow. Na ja, es geht halt noch so weiter. Also, ich habe mich wahnsinnig gefreut, als Marc Andres sich bereit erklärt hat, über Pythons Erfolgskurs in einem Lightning Talk zu reden. Aber das war das einzige Mal, wo ich sicher war, das passt nicht in fünf Minuten. Ich sage noch mal ein großes Danke an alle, die zugehört haben und an alle Lightning Talk Speaker von heute. Und für alle, die da mitgemacht haben, einen großen Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.